Einen Tag vor Heiligabend steht Tschechien nach der Bluttat an der Prager Karls-Universität heute ganz im Zeichen der Trauer. Die Regierung hat eine eintägige Staatstrauer ausgerufen. Heißt, im ganzen Land wehen die Fahnen auf Halbmast. Im Veitsdom auf dem Pratschien soll es einen Trauergottesdienst geben. Ein Student hatte Donnerstagnachmittag in der Universität in der Prager Innenstadt 14 Menschen erschossen und 25 verletzt. Auch der Schütze ist tot. Er hat sich wohl selbst erschossen. Sein Motiv allerdings ist noch unklar. Und aus Prag zugeschaltet Weltreporterin Carolina Drüten. Carolina, wie groß ist nach wie vor der Schock und wie wird heute in Tschechien getrauert, zwei Tage nach dieser unfassbaren Bluttat? Der Schock ist riesengroß. Also viele Menschen können einfach nicht verstehen, wie sowas passieren konnte. Tschechien ist kein Land, wo solche Amokläufe an der Tagesordnung wären. Also das hat die Menschen tief, tief getroffen. Heute ist ein Tag der nationalen Trauer. Und wir können uns ja jetzt zu Tagesbeginn schon mal ansehen, wie hier den Opfern gedacht wird in der Hauptstadt Prag. Wir sind hier vor dem Hauptgebäude der Universität. Und hier haben Angehörige und auch andere trauernde Menschen viele, viele Kerzen hingebracht, Blumen. Und es ist ja auch wichtig, den Opfern eine Identität zu geben. Eine von den, die gestern gestorben sind, vorgestern gestorben sind, war zum Beispiel die Direktorin des Instituts für Musikwissenschaft Lenka H. Die Informationen zu ihr wurden mit Einverständnis ihrer Familie veröffentlicht. Sie war 49 Jahre alt und hatte am Donnerstag noch um 14 Uhr eine E-Mail an ihren Kollegen zu einem Festival geschickt, was sie organisiert. Und zwei Stunden später war sie tot. Kolleginnen und Kollegen haben sie als offen und kommunikativ beschrieben. Und sie hat, als sie promoviert hat, auch mal eine Zeit lang an der Humboldt-Universität in Berlin verbracht. Ein anderes Opfer war zum Beispiel eine 20-jährige Studentin. Sie war in ihrem ersten Lehrjahr und hat die Sprache für Gehörlose gelernt. Das sind die Menschen, die hier gestorben sind, als der Täter 14 Menschen getötet hat mit seinem Gewehr und am Ende sich selbst umgebracht hat. Das sind beeindruckende und bewegende Bilder, die du uns da zeigst heute Morgen. Inzwischen gibt es neue Details über den Täter. Vielleicht ganz kurz noch, was ist bekannt? Ja, es war ein 24-Jähriger, der auch einen Waffenschein besaß für acht Waffen. Davon hatte er auch welche mitgenommen in die Universität, als er wahllos um sich schoss. Zu seinem Motiv ermittelt die Polizei. Es ist wahrscheinlich, dass er von Hass zerfressen war. Es wurde berichtet, dass er auch eine Telegram-Gruppe gehabt haben soll, wo er möglicherweise Nachrichten veröffentlicht hat. Ob das tatsächlich seine war, weiß man nicht. Da gibt es mittlerweile auch Zweifel dran. Das ist alles Gegenstand der Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt. Und da werden wir wohl erst in den nächsten Tagen mehr zu erfahren können. Caroline, ganz herzlichen Dank für deine aktuellen Informationen heute Morgen aus Prag. Vielen Dank.